so war das oh banana da ist die nächste banana und der abschalt sind hier drüber dann über den händen heute noch bananen und dann sollte es genau daneben sein verdammt das schafft man immer jetzt können wir uns doch eben die bananen ich bin ein bisschen zu weit gegangen bin ich da immer fit zu haben ich bin begeistert auch nochmal weil es doch so schön war ich schau mal auf die folge naja das könnte jetzt die letzte banane für die folge sein weil ich immer die folgen hier direkt passend schneide um mir ein bisschen aufwand zu ersparen sein weil dann sage ich dann kann ich die nur fix rendern ein bisschen noch ein bisschen vielleicht wenn ich mir noch doch noch geschnitten werden muss am end aber am Anfang das ist ja kein problem so hinzufügen muss ich ja nichts nicht dass ich irgendwie so ein ich sag mal sammel keine ahnung sammel 100 bananen oder so dass ich dann so ein feld einfügen könnte ja aber das haben wir alles ja hier wir haben ein infofenster dafür ne ich muss hier runterspringen na komm krieg ich ein leben abgezogen aber ich hab die nächste banane komm drei können uns hier noch eine viert holen indem wir zu dem typen gehen ach so ich vermute mal die banane kommt durch den letzten donkey gong so dann alle haben ich schon mal aus dem level jaja gehn de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de get banane Ja. Wir haben anklang lassen. Blau fehlt uns im 2. Level noch, ne? Hab ich auch noch nicht geguckt. Achja, Tiny. So, die haben wir ja auch schon. Hopp. Neu, hopp. So. Hopp. Nächste Medaille. So. 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 keine ahnung wie hier nummer fünf hinführt wird bestimmt gegen irgendwo hin wo wir noch die restlichen fünf bananen bekommen oder so weil wir haben ja nicht alle da wo das x ich würde sagen wir haben schon 37 bananen ist schon viel die sagen sonst haben aber nichts wie sagen wir uns wieder doggie konzert und schauen mal da wäre das tauchlevel einmal da wo wir hoch können gehen ins tauchlevel geht mal hier rein und schauen mal da waren wir nicht schon mal hier ist grün 30 stück da ist sie da ist sie was soll ich denn da hinkommen keine ahnung ja gut ich würde sagen wir haben das nächste level freigeschaltet und wir machen kurzen cut und wir sehen uns gleich in den nächsten folgen bis dahin euer flash oder und bis gleich bis gleich